Urdhva-Prapada-Dhanurasana in Shishasana ist das Rad auf Zehenspitzen und auf dem Kopf. Von der Rückenlage ausgehend Fußsohlen und Handflächen auf den Boden, Becken, Brustkorb heben, dann gib den Scheitel auf den Boden, falte die Hände hinter dem Kopf, gib die Ellbogen auf den Boden und hebe die Fersen. Untertitelung des ZDF, 2020